Ja meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschonen Sonntag. Wow, herzlich willkommen. Ich habe ein schönes Safe Game für euch, auf das ich mich sehr freue. Und zwar kommt es vom Wolfgang. Und zwar von dem Wolfgang, der mir auch diesen Augsburg-Schal geschickt hat. Deswegen nochmal vielen Dank an dich für den Wimpel, für den Schal. Und vielen Dank natürlich auch für den Spielstand. Nämlich, ja, du hast, wie soll es anders sein, den FC Augsburg erfolgreich gemacht. Und wie. Ich möchte noch nicht so viel spoilern. Wir werden jetzt einfach Jahr für Jahr die Tabelle mal durchschauen, damit ihr seht, was der Wolfgang so erreicht hat. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Schauen wir kurz rein. Und da sehen wir, in der ersten Saison hast du den FC Augsburg auf die 6 gebracht. Interessanterweise die Bayern nur auf der 3, Leipzig Meister, Dortmund 2. Was hat sich sonst so getan? Düsseldorf und Nürnberg hat es erwischt, also nicht ganz so unrealistisch. Ja, Schalke mittendrin, Wolfsburg mittendrin, Leverkusen mittendrin. Interessant auf jeden Fall, dass da viele Topklubs ausgelassen haben. Das Jahr darauf HSV Meister. Entschuldigung. Ja, gut, auch nicht schlecht. Die Hertha abgestiegen, auch heftig irgendwie. Leipzig, Dortmund, Augsburg, die Bayern nur auf der 5, ist ja lustig. Die Eintracht, Leverkusen, Schalke, Gladbach. Also schon einige Topklubs, die dann direkt dir auf den Fersen waren. Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bayern bist du dann Vierter geworden und hast dich für die Champions League qualifizieren können. Das Jahr darauf wurdest du Vizemeister hinter den Bayern. Drei Punkte. Wir sind in den HSV auf der 11, also da geht es schon mal wieder bergab. Mainz auf der 5 ist auch nicht so schlecht. Leverkusen ist auch interessant, dass die es nicht schaffen, sich irgendwie oben festzuhalten. Und da hast du es dann tatsächlich geschafft, mit Augsburg Meister zu werden. Sehr beeindruckend. Wolfsburg abgestiegen. Insgesamt hast du neun Punkte Vorsprung gehabt auf Leipzig. Danach Dortmund, Hoffenheim. Die Bayern auf der 13. Alter Schwede. Was ist denn da abgegangen? Unglaublich heftige Bundesliga-Saison. Auf jeden Fall hast du zu dem Zeitpunkt jetzt den Spielstand geschickt und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. 20. Juli, jetzt bist du also mitten im Saisonübergang. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt wie immer zuerst auf deine Spielzeit. Da sehen wir, du hast Jena rausgeworfen im Pokal, dann Magdeburg rausgeworfen. Bist du eigentlich nicht wirklich gut in die Bundesliga gestartet. Zwar der Sieg gegen Schalke, aber dann sehen wir hier ziemlich viel daneben gegangen eigentlich. Erst hier dann wieder mal ein Sieg. Hast dich aber ordentlich gefangen. Viertelfinale bist 1 zu 6 gegen Leipzig untergegangen. Das tut natürlich gewaltig weh. Aber ansonsten eine sehr starke erste Saison gleich mal. Im zweiten Jahr Ulm rausgeworfen im Pokal. 80. Minute. Euroleague Hartberg. Entschuldigung, da muss ich echt lachen. 1 zu 0 gegen Fena, 0 zu 0 Hartberg und dann hast du noch Athletic Bilbao gehabt. Also interessante Gruppe und hast ganz gut abgeschnitten, muss man sagen. Magdeburg hast du rausgeworfen im DFB-Pokal. Dann ging es für dich weiter Chemnitz Achtelfinale. Dann hast du gegen Feyenoord in der ersten Ausscheidungsrunde gewonnen. 2 zu 8 gegen Dortmund verloren. Wow. So, dann der FC Toulouse besiegt. Im Viertelfinale den HSV besiegt. Euroleague Viertelfinale die Roma besiegt. Halbfinale die DFB-Pokal. Leider wieder an Leipzig gescheitert. Da erst im Elfer schießen. Bilbao hast besiegt. Und dann sogar noch im Finale der Euroleague Chelsea besiegt. Also das ist schon sehr beeindruckend. Hast es dann in die Champions League geschafft. Natürlich als Titelverteidiger. Pokal Wacker Nordhausen. 3-1. Supercup 7-1-1-0 Sieg in Porto. Die Gruppe mit City, Donetsk und Salzburg. Also das sind, sagen wir mal so, als Fan von Traditionsvereinen hast du lautere Tortenklubs. Oder zumindest Klubs, wo der Geldhahn unendlich offen ist. Das ist halt schon heftig. Aber gut. Auf jeden Fall keine leichte Gruppe. City natürlich. Klar Salzburg auch immer sehr stark im FM. Und Donetsk braucht man glaube ich auch nichts sagen. Die finden immer wieder so viele gute Südamerikaner, die sie nach Europa holen. Und gut weiterentwickeln. Also interessante Gruppe. Salzburg hast du da besiegt und Donetsk besiegt. Inzwischen war 3-0 gegen Braunschweig im Pokal. Nur gegen City hast du halt zweimal verloren. Aber bist glaube ich trotzdem zumindest in der Euroleague weiter. Schauen wir gleich. Achtelfinale DFB-Pokal 3-0 gegen den HSV. World Champions League Barca 0-1 und 2-2. Also knapp nur gescheitert. Viertelfinale Hannover 3-1. Halbfinale Mainz 1-0. Und da hast du den DFB-Pokal gewonnen. 2-21. Und dann 2-22 die Meisterschaft. Also hast du jede Saison irgendwie mit einem Titel beendet. Bis auf die erste, oder? Ja, ich glaube. So. Supercup aus dem gegen die Bayern. 4-0 gewonnen. Sehr beeindruckend. Regensburg 1-0 besiegt. PSG, Ajax und Liverpool. Alter Schwede, das ist eine brutale Gruppe. Und da sehen wir, dass du dich eigentlich ganz okay geschlagen hast. Knapp verloren gegen PSG, knapp gegen Liverpool. Ajax besiegt. Du hast wieder verloren gegen Liverpool und PSG. Es ist halt eine brutale Gruppe. Aber wieder Ajax besiegt. Also nehme ich mal an, wirst du in der Euroleague überwintert haben. Achtelfinale im DFB-Pokal die Bayern rausgeworfen. Galatasaray in der Euroleague besiegt. Bordeaux in der Euroleague besiegt. Schalke im DFB-Pokal. Halbfinale Dortmund, Euroleague besiegt. Halbfinale. Da hast du Halbfinale im DFB-Pokal, den HSV rausgeworfen. Inter im Halbfinale der Euroleague besiegt. Ja okay, da hast Chelsea nochmal, wie schon im Jahr davor, in der Euroleague besiegt. Und auch Dortmund. Das heißt, das war dann für dich die perfekte Saison mit dem Tribble. Also sehr, sehr beeindruckend und sehr guter Zeitpunkt natürlich, um das Savegame zu schicken. Schauen wir mal auf deine Transfers. Also im Jahr Nummer 1. Früchtl geliehen, Dardai geliehen. Dann Früchtl fix verpflichtet für 5 Millionen. Weiß nicht, ob du den schon mit Kaufoption geliehen hattest. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Wagnermann für 7 Millionen verpflichtet. Sehr schön. Der sagt mir nix. Ist nicht aufregend geworden, aber nicht so schlecht. Callum Grubin. Hast du jetzt noch bei dir. Als Ergänzungsspiele im Moment. Also insgesamt hast du ein Transfer Plus gemacht. Dann schauen wir wieder eins weiter. Du hast auch ein Transfer Plus gemacht. 40 hast du insgesamt ausgegeben. Hast da viel umgebaut, wenn man sich das so anschaut. Bastien Thomas vom FC Sion verpflichtet. Sehr guter Transfer. 55 Millionen Mark hat bei dir. Aber Raman von Chelsea fix verpflichtet. Oder generell verpflichtet. Den hast du mittlerweile aber wieder abgegeben. Dominic Coa. Hat sich jetzt nicht so schlecht entwickelt, finde ich. Den haben wir ja zu Arsenal geholt. Robert Lubitschitsch. Der für ein lustiges Foto. Ist auch noch sehr jung. 18 Millionen jetzt bei dir. Sudokai-Platte. Enzo Milo. Sehr interessant. Dann Leo Greimel von Rapide. Müssen wir uns auch mal anschauen. Nicht wirklich überragend geworden. Wen hast du noch verpflichtet. Ablösefrei. Adam Bogdan. Für die einmal gespielt. El-Chindawi. Ist ja lustig. Den hast du verpflichtet. Warum? Na finde ich lustig. Das finde ich lustig. Wir sehen dann kurz. Mittlerweile in Österreich. Ja stimmt. Der ging sogar nach Österreich. Ganz vergessen. Oder? War das wirklich so? Glaub fast. Und dann haben wir Oliver Batista Mayer. Mega Talent im FN. Bin gespannt, was aus dem in echt wird. Und da sieht man, wie der sich gigantisch entwickelt. Sehr beeindruckend. So Philippen Max hast du abgegeben. Brauchen wir glaube ich nicht wirklich durchschauen. So das Jahr darauf. Wieder sehr gutes Transfer plus. Batista Mayer ist auf fix verpflichtet. Hany Muck da. Guter Mann. Lars Kehl. Sagt mir nichts. Guckt nicht so schlecht aus. David Abstein. Talent von Sturm. Okay. Die bringen auch anscheinend ganz gute Talente raus. Da werde ich jetzt aber nicht alle durchschauen. Schauen wir mal nur die interessanten durch. Ferrati, Kennedy. Schon interessant, dass du viele verpflichtet hast, die wir auch in den Let's Plays irgendwie hatten oder haben. Ferrati hat es auch bei dir nicht wirklich sowas gebracht. Ilsanke hast verpflichtet. Ging jetzt auch schon wieder weiter. Und Kennedy von Chelsea auch ablösefrei. Bei dir einen Marktwert von 54 Millionen. Also ich hoffe, dass der bei MSV bald wieder fit wird. Könnte schon interessant werden mit ihm. Der hat jetzt natürlich ordentlich Konkurrenz gekriegt mit Anthony Martial bei uns. Aber auf jeden Fall sehr cool. Hintegger ist da verkauft an Villarreal. Lubitsch ist da mit einem ordentlichen Plus verkauft. Sonst viele verliehen. So hier sehen wir, da hast du jetzt mal Geld in die Hand genommen. Also da hast du einen Minus gemacht. Julian Weigl. Sehr stark. Hast du günstig bekommen mit 19 Millionen. Janis Horn, den ich ja auch überlegt habe als Ersatz für Douglas Santos. Ich finde den noch immer nicht schlecht. Also hätte man durchaus machen können. Als Backup für Fabio. Da hast du wieder einige abgegeben, aber nichts Wichtiges würde ich mal sagen. Und das ist jetzt eben die derzeitige Transferphase. Jerome Boateng hast du ablösefrei bekommen. Mit 33 noch immer Stammspieler bei dir. Zumindest hast du ihm die Rolle gegeben. Cengiz Ünder finde ich auch sehr interessant. Den auch ablösefrei bekommen hast. Das ist halt wirklich heftig. Also da gibt es teilweise so gute ablösefrei Transfers. Jürgen Eckellenkamp. Sagt mir nichts. Hast momentan verliehen. Ich glaube, den wolltest du dir einfach ablösefrei nicht entgehen lassen. Auch wenn du den jetzt nicht brauchst. Adilson Evora. Portugiesisches Talent. Wow. In 19 ist der jetzt schon pervers gut. Und Lars Stindl ablösefrei. Auch interessant. Den hätte ich mir auch beim HSV überlegen können als Ersatzstürmer. Naja. Gut. Schau mal auf deine Mannschaft selbst. Da sehen wir viele deutsche Spieler. Ich würde sagen zwei Drittel deutsch. Finde ich ganz cool. Da hast du drei Südamerikaner. Ansonsten alles eigentlich Europäer. Komm mal aufs Alter. Sehen wir, dass du zwei sehr erfahrene hast mit Portugies und Stindl. Was in deiner Mannschaft auch immer sehr wichtig ist. Danach hast du viele im besten Fußballeralter. Und auch viele junge Talente. Also das sieht sehr ausgewogen und gut aus. Schauen wir mal auf die Taktik. Wir sehen ein 4-4-1-1-System. Das auf Ballbesitz ausgelegt ist. Na gar nicht mal. Vertikales Beispiel. Flanken früh schlagen. Flache Flanken. Also du versuchst so schnell wie möglich nach vor zu kommen. Versuchst über die Flügel zu spielen. Versuchst auch Standards herauszuholen. Lange Abschläge. Konter, Gegenpressing. Viel. Also sehr aggressiv auch das Ganze. Finde ich interessant. Du nimmst. Ist auf jeden Fall eine Taktik mit sehr viel Risiko. Was mir aber ganz gut gefällt da. Bin zwar nicht der Typ dafür. Aber ich finde es immer schön sowas zu sehen. Und jetzt gehen wir die Positionen durch. Auch Christian Früchtl braucht man nicht viel sagen. Ist einfach mega stark. Dann hast du Unbehauen. Wie heißt denn das? Luca Unbehauen. Deutscher. Aus Dortmund. Ja. Schöner Backup. Finde ich. Ist auch ein bisschen gespielt bei dir. Nicht zu viel. Dann schauen wir mal auf die Innenverteidigung. Jerome Boateng haben wir eh schon gesehen. Der baut zwar jetzt körperlich schon ein bisschen ab. Aber ist noch immer unfassbar stark. Daneben hast du ihn hier. Benoit Badia-Gilet. Linksfuß. Körperlich mega stark. Mental mega stark. Und technisch hat er auch alles Wichtige. Für 21 ist das schon unglaublich gut. Beide ballspielend. Dann hast du Janis Horn. Scheinbar Stammelf. Müssen wir halt schauen. Wenn du da sonst noch so hast. Badista Mayer und Cengiz Ünder haben wir uns eh schon angesehen. Beide sehr gut. Weigl als Ballerobernder. Ja. Ich hätte ihn eigentlich eher auf der Rolle gesehen. Weil er ihm auch alles Defensive mitbringt dafür. Aber da hast du halt auch diesen Bastian Thomas. Also beide ähnliche Spielertypen. Kann man fast sagen. Dann hast Adilson Evora. Der ist echt unglaublich stark. Spielst du nur mit einem Spielmacher. Evora einfach auch als Zehner. Bin gespannt wie das funktioniert. Und Gregoritsch. 147 Einsätze, 66 Tore. Der macht sich wirklich gut. Wahnsinn. Kennen halt echt noch aus der Zeit, als er bei Krapfenberg war. Unglaublich. Schon eine ganz gute Karriere hingelegt. Hätte ich mir irgendwie nicht gedacht. So und jetzt schauen wir mal auf die jeweiligen Ersatzspieler. Torwart haben wir uns schon angesehen. Jetzt schauen wir mal auf die Innenverteidigung. Kevin Danso. Ja, sehr guter Mann. Also wenn man sich das so anschaut. Ist jetzt am Ball nicht unbedingt der stärkste. Aber sonst unglaublich guter Ersatz. 23 Jahre auch erst. Florian Carstens. Den hast du auf der Transferliste. Mal die Frage, warum? Da unten hast du noch Udu Kai. Okay, ja gut. Dann wirst du ihn nicht brauchen. Udu Kai ist noch angeschlagen. Aber den hast du halt schön. Das ist auch wie dein Linksfuß. Auch am Ball sehr stark. Also den kannst du super als Ersatz da bringen. Oder er spielt da vielleicht sogar Stamm. Und der hier ist nur Ersatz. Das kann natürlich auch gut sein. Dann. Wie macht sich Wagnermann bei dir? Sehr solide, sehr gut. Ähnliches Niveau wie beim HSV, würde ich sagen. Sieht schon sehr gut aus. Simon Aster hast du als Ersatz. Er ist auch ein ähnlicher Typ, weil er jetzt nicht der offensiv stärkste ist. Aber dafür einfach mental und physisch sehr stark. Das passt also auch ganz gut. Als Ersatz. Links hinten könntest du gar Kennedy bringen. Tackling 10, Deckung 7. Habe ich auch noch nie probiert. Könnte man mal machen beim HSV, wenn wir im Rückstand sind. Das habe ich noch gar nie gedacht. Also Kilian Jakob ist ein Linksverteidiger Ersatz sonst noch. Wobei ich den stärker finde als Janes Horn. Passt ja auch als Stammspieler drin. Vielleicht hast du ihn jetzt einfach gerade noch nicht in der Mannschaft. Also finde ich persönlich stärker. Zentrales Mittelfeld. Da haben wir David Abstein, dieser junge Österreicher. Hat bei dir bisher zehnmal gespielt. Da musst du halt echt schauen, dass du den jetzt regelmäßig zum Spielen kriegst. Aber der ist halt jetzt auch auf schon einem richtig guten Niveau, dass du ihn halt regelmäßig einsetzen kannst. Sonst verheizt du den, was halt auch nichts bringt. Ja, der ist halt super als Zehner. So, eventuell wirst du wechseln mit Evora. Dann haben wir da noch Las Stindl, haben wir uns schon angeschaut. Chor haben wir uns schon angeschaut. Las Kehl haben wir uns noch nicht angeschaut. Da hast du den nächsten guten Zehner. Den würde ich glaube ich verleihen. Da brauchst du nicht unbedingt mehr als zwei. Las Stindl hast du ja auch noch, der es kann. So, dann schauen wir mal auf die Flügel. Also die beiden haben uns jetzt eh schon angesehen. Schauen wir nochmal auf Marco Richter. Sehr, sehr guter Spieler. Also David's Gegenünde natürlich auch schwer haben. Aber super, dass du zwei so klasse Spieler auf den Flügeln hast. Den der musst du natürlich nehmen, wenn du den Ablöse frei kriegen kannst. Das ist ganz klar. Jonathan Bakali. Super Talent. Würde ich vielleicht sogar verleihen. Die Frage, wenn du es da noch hast. Aber da hast du Kennedy ja auch noch. Also den würde ich auf jeden Fall verleihen. Da hast du auch noch einen. Auf der Transferliste. Zu Recht. Ist da körperlich sehr stark, aber ansonsten einfach ein bisschen limitiert. So, und dann schauen wir mal auf die Stürmer. Also statt Gregorich hast du dann noch Stanojevic. Ilya Stanojevic. Sehr gut. Abschlusswert könnte besser sein. Aber wie ist es halt auch, er ist 20. 12 Einsätze, 6 Tore. Also der macht sich bei dir jetzt schon ausgezeichnet. Und dann hast du noch Francesco Bonfilio. Der mir auch sehr gut gefällt. Der sich auch super macht. Also da könntest du auch fast einen von den beiden verleihen. Und dafür einfach irgendeinen erfahrenen Ersatz holen. Oder du nimmst Ehlers Stindl einfach als so jemand. Als dritter Stürmer reicht es mit Stindl auf jeden Fall auch noch. Weil es wäre schade, wenn du die nicht regelmäßig zum Einsatz kriegst. Hast noch einen Keeper, den habe ich ganz übersehen. Junges deutsches Talent. Aber wenn der in der ersten mittrainiert und in der U19 spielt, sieht das nicht so schlecht aus. Gut, ich glaube jetzt haben wir alle gesehen. Also der Kader, den Paco, den haben wir noch nicht gesehen. Du hast noch einen im linken Mittelfeld. Dem würde ich verleihen. Ja, der muss jetzt auf jeden Fall Gas geben. Damit er sich bei dir durchsetzen kann. Aber drei bis sechs Wochen warten beim Bruch. Natürlich gerade eine blöde Zeit jetzt. Aber schaut schon sehr cool aus. Die U19. Kommt einiges nach, was da Potenzial hat. Zweite Mannschaft spielt in der dritten Liga. Was natürlich auch super ist für dich. Wie hast du die aufgestellt? Vom Alter her sehen wir. Sehr gut ausschaut. Sehr junge. Untalentierte Mannschaft. Und natürlich ist das halt echt optimal, dass du die in der dritten Liga hast. Das ist halt schon ein großer, großer Vorteil. Was interessiert mich noch? Jetzt schauen wir noch auf deine Einrichtungen. Hast du da schon was ausgebaut? Sieben von sieben. Sieben von acht. Neun von zehn. Also die Jugendeinrichtungen sind super. Trainingseinrichtung acht von zehn. Das ist alles auf einem super Niveau. Scheinbar baust du gerade wieder um. Weil da steht zur Zeit verringert, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil das würde eigentlich normalerweise da wohl stehen. Da sehen wir es. Geplante Erweiterung. Tag der Fertigstellung bis zwei. 18.09. Der Zeit 22. Also ist in Kürze ausgebaut. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, lieber Wolfgang. Sehr cooles Safe Game. Ich finde es wirklich beeindruckend, was du aus Augsburg rausgeholt hast. Hast bis auf die Champions League eigentlich alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Finde ich sehr beeindruckend. Bin schon gespannt, was die Community so sagt. Ist auf jeden Fall ein guter Konkurrent. Fürs Voting. Dann bin gespannt, wie weit du damit kommst. Und ja. Ich sage vielen Dank nochmal an dich. Vielen Dank an euch fürs Einschalten. Ich freue mich natürlich auf eure Spielstände. Ein paar habe ich noch auf Lager. Aber ihr könnt mir gerne natürlich eure Spielstände schicken. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Bis bald, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.